V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie jeder Schädel zerfliegt vom Gegner-Team Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit Hallo und willkommen zurück zu Hashtag Princess bei Hashtag Virus Hashtag Let's Go Auf den Server 3, 2, 1 und los! Let's go boys! Können die mich angreifen? Können die mich angreifen? Äh, ja, was machen wir heute? Also wir gehen heute in den Nähtau Aua, Aua, Aua! Lass mich bitte, äh... Wo bist du? Ich hab Eisenrüstung, ich hab Lederrüstung bekommen! Lull! Ja, ich hab... Lederrüstung Ja, ich bin leider grad nicht ganz, äh... Oh, hier ist ein Enderman! Ey, ich brauche Essen! Ey, Jungs, ich brauche Essen! Äh, ich brauche Essen! Und hier ist ne Hexe bei mir! Oh my God, ich brauche Essen! Wo bist du, wo bist du, wo bist du, bis im Wald, bis im Wald? Ich kann nicht sprinten! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Da bist du! Hey! Warte, warte! Ich helfe dich, ich helfe dir! Egal, ich muss jetzt so ein scheiß großes Ding essen! Ey, wir müssen näher, ne? Oh Gott, ich seh die Border, wie nah ist denn die schon? Die ist direkt hier! Meine ich doch, wir konnten die Leute anderen töten... Die anderen töten! Okay, wo, ähm... Da kommt das Mitte! Nein, wir müssen, wir müssen, äh... Spinnen können, wir müssen jetzt die Nacht, äh... Erstmal... Okay, spin! Wir müssen die Nacht ausnutzen! Ey, und Enderman, sehr viele Enderperlen! Sehr viele Enderperlen! Ja, setz Wasser unter dir, damit der Enderman hier nichts kann! Äh, ne, ich mach das anders! Warte! Ich mach das anders! Warum hab ich zwei goldene Äpfel? LOL! Ich hab zwei goldene Äpfel! Wie viel hast du? Ich hab doch gewusst, dass du zwei hast! Warum hab ich zwei? Da hab ich noch... Achso, war das für dich hier einer! Pass auf, Pass auf, Enderman, pass auf! Danke! Ich guck bei den Augen, ich guck bei den Augen, ich guck bei den Augen, ich guck bei den Augen! Komm her, komm her, komm her! Du musst essen für mich, bitte! Ich brauche Essen! Ich greife mit dem dir schnell an! Hab ihn! Ich guck den Enderman an, aber der ignoriert das! Oh jetzt nicht mehr! Oh Gott, oh Gott! Oho! Oho! Nein, 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 nein! Das riecht hinter mir! Wasser, Wasser! Ohohoho! Pass auf, jetzt mal das direkt da... Ey, ich muss, ich muss mich gleich... Ey, haben wir wirklich kein Essen, wir müssen Essen braten! Ich hab ein klein wenig Essen, aber nicht viel. Ich hab eine Änderperle, aber ich weiß, wie ich die aufgesammelt habe! Bitte gib mir Essen, Mann! Ah ne, entspann ich, entspann ich, entspann ich, entspann ich, entspann... Junge! Gib mir einfach Essen! Okay, 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 äh, äh, ich habe eher ein Steak für dich, hier, nimm. Hast du Enderpan? Äh, fuck, ich glaube, die liegt da noch. Die liegt da noch, die liegt da noch. Hier ist noch Enderman, lass den killen, 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 wir entspannen uns, äh, alles gut. Pass auf, pass auf, pass auf! Oh, Junge, der Creeper. Ja, okay, lass spawnen jetzt, lass spawnen, Mann. Entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Nein, ich meine bloß, ich verliere sehr viel Leben irgendwie schon. Okay, wir gehen spawnen. Jetzt schon? Nein, lass noch. Äh, du hast die ganzen Strings, hast die ganzen Strings. Ja, nimm die mit, aber in spawnen sind ausfeuert. Nein, du hast die Strings, gib mir die mal. Wir wollen schnell noch Bogen machen. Ja, komm spawnen dann. Ich bin direkt hinter dir, ich bin direkt hinter dir. Ja, okay, okay, okay. Äh, ich habe kein Essen. Hier. Doch, ich habe Essen. Ich habe nur zwei. Ich habe Essen, ich habe Essen für dich. Ich habe, ich, ja. Nur zwei, dann lass nochmal zurück, dann gehe ich nochmal Spinnen suchen. Ja, töt mal einen. Ich gucke hier nur um, hier ist eine Hexe. Nee, Hexe bringt nichts, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit Eisen oder Diaschwert angreifen soll. Hä, ist das, ist das Zuckerrohr? Ich habe Zuckerrohr. Ja, nimm mit, nimm mit. Immer mitnimm. Oh mein Gott, sehr viel. Das wurde eingepflanzt. Echt? Wir haben einfach alles, wir haben alles geklaut. Ich habe 22 Zuckerrohr. Das ist schon mal ganz gut. Wir brauchen auch noch ein wenig Schwarzpulver, Leute. Jetzt nicht wundern, warum ich hier auch ein paar Creeper jagen gehe. Äh, hier sind Spinnen. So, Krüger, pisse dich. Ich fasse auf, ich passe auf. Alles gut. So, die Augen brauchen wir auch von den Spinnen, Leute. Oh Gott, der Creeper, der Creeper, der geht nicht weg. Ja, ich töne so lange ein paar Skelette oder so für Pfeile. Oh Gott, das war so risky. Okay, es wird Tag. Also lass wieder zurück. Ich komme wieder zurück. Äh, ja, ich werde gerade richtig, ich werde gerade richtig auseinandergenommen. Also nicht, dass ich sterbe, aber ich meine bloß, die Aim halt noch besser. Ich habe gerade richtig Schiss, ne? Ah Junge, scheiß drauf jetzt, Alter. Hast du auch Schiss? Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Komm, ja, ja, okay. Äh, hast du Gold für mich? Ich will noch ganz kurz... Ich habe einen Goldbarren. Brauchst du das? Ja. Ja, hast du genug Gold? Nee, nee. Hat das gedacht? Da ist eine Hexe hinten, ich will es aufpassen. Oh, Essen, Kuchen, lecker. Nein, Hexe, Hexe, wir gehen jetzt nicht zur Hexe. Die gehen jetzt nicht zur Hexe. Oh nein, danke. Okay, komm, warte, warte, nichts, Mann. Wir müssen, äh, ist hier eine Workbench? Ich hab eine, ja, ich hab eine. Wir sind etwas in Stress, denn wir wollen uns beeilen. Ich werde mal kurz die Truhen hier füllen, weil warum nicht? Kann man im Neta, kann man auch verzaubern, ne? Dann machen wir dort, äh, im Neta werden wir dann unsere Rutsche verzaubern. Äh, 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 äh. Wurde die schon gelootet? Aber man kann nicht abbauen. Oh. Man kann allgemein nichts mehr machen hier. Ja, wir verlieren Zeit, wir verlieren Zeit, komm. Äh, ja, ich schmeiß die Sachen hier weg, die brauche ich nicht mehr. Okay, ich mach mir kurz einen Bogen, gib mir nochmal den Stick. Äh... Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ähm, wir sind so im Stress, wir haben nur 15 Minuten, wir können nicht so viel machen. Okay, ich hab einen Bogen, ich hab einen Bogen. Nice, nice, nice. Richtig gut. Brauchst du Pfeile? Ich geb dir halt die Pfeile, die ich jetzt nicht unbedingt nutze. Okay, danke. Okay, wollen wir Neta? Ja, ich schmeiß die Sachen hier weg, die ich nicht brauche. Okay, ähm, gib mir mal Zuckerrohr. Zuckerrohr, ja. Nice Holz, danke. Da, da, da. Okay. Oh, das ist richtig viel. Ja, hab ich gerade gefunden. Okay, Amboss, soll ich machen, sollte ich doch. Amboss, ja, stimmt. Wie viele Eisenblöcke brauchen wir für Amboss? Drei, oder? Drei. Okay, passt, passt, passt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Äh, ich hab aber kein Essen, wollen wir nur noch kurz Essen fahren? Ich hab nicht mehr viel. Ja, stimmt halt auch irgendwie, ne? Nur ganz kurz in den Wald gehen und Essen fahren, würde ich sagen. Komm, ganz kurz, ganz kurz. Äh. Und dort noch, äh, noch ein paar. Ich hab so viel Schrott im Inventar, das tut mir echt ne leid, dass es, ja, es mitbekommt, dass ich irgendwie alles im Inventar gefühlt habe. Aber lass, lass die Tiere erstmal mit, äh, mit einer Fackel, äh, nicht Fackel mitnimmt, das ist teuerzeug. Ähm. Und wir benutzen hier die Kuchen. Die können wir auch benutzen. Merk ich gerade. Okay, aber, äh, wo bist du, wo bist du? Bei mir sind keine Tiere. Okay, lass den Leta. Also Zeit steht bei mir rechts, acht Minuten. Entweder wir nehmen acht Minuten, ne, wir haben noch acht Minuten Zeit. Okay, gut. Wir haben acht Minuten Zeit. Äh, verdammt. Was, Mama, da bist du? Hi. Ja. Wir sind alleine auf dem Server. Okay, komm, 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 komm. Oh Gott. Komm. Aua, ich bin durch den Fisk gefallen, super. Na, okay, dann, äh, ich hab nur jetzt nur fünf Schweinebleicht, aber reicht wahrscheinlich, für die Folge, wenn er ganz kurz nur in der war. Äh, ja. Ja, irgendwie schon, ne. Äh. Das ist schon immer noch schnell, aber... Hä, warum hab ich ne Holzpickel, what the... Schmeiß die weg, Junge. Hab ich gerade. Wir brauchen den Platz. Ich hab auch kein Level. Ich hab auch kein Level. Ich hab auch ganz viele Level. Ich hab auch ganz viele Level. Ich hab keinen Iron-Pickel, ne. Was hast du dann? Ich hab nen Stein-Pickel. Ich hab auch kein Eisen. Hast du Eisen? Ich hab ziemlich viel Eisen. Ich hab ne Heimstack. Ja, gib mal bitte. Äh, das Ganze? Ja. Okay. Ich muss ganz viel essen. Oh Gott, zum Glück heißt das so viel. Äh, ich hab noch acht Eisenerz. Wow. Ich geb dir das mal. Ja. Ich pack mal den Amboss. Aber als wir müssen Kessel... Ich mach nen Kessel. Äh, kannst du mir kurz... Äh, kannst du kurz nen Kessel machen? Kessel? Na, ich geb dir einfach hier alles, weil ich weiß nicht, wie das geht. Das ist ganz einfach wie ne Hose eigentlich, aber anders. Da, da ist Iron, ne? Äh, da. Ja. Soll ich schon mal gucken, ob es hier ne Kesselung gibt? Äh, nicht? Wie macht man den Kessel? Wie macht man den nicht so? Wo ist denn hier die Kesselung, was die Gerechtigkeit macht? Äh, ich hab vergessen, wie man Kessel macht. Äh, ups. Ah, doch. So. Warum hab ich nen Knopf? Hä? Äh, das hab ich außen drin, glaub ich, gemacht. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Wir können jetzt im Kessel, im Never, Wasser platzieren. Schau, 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 Magie, Magie. Bruder, Magie. Ja, na, jetzt komm, nehm mal mit. Nehm mit. Die ganzen? Äh, 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 ein Mal. Ja. Oh nein. Äh, gut, dann würde ich sagen, haben wir kein Wasser mehr. Ja, okay, komm, ja. Aber wir rennen einfach zurück. Ich hab Wasser. Ich war jetzt nicht ganz so big brain, aber naja. Ja, aber dann müssen wir noch einen Kessel immer schnell machen, ne? Ja. Da hinten, da hinten ist, äh, noch Quarz, das können wir schnell abbauen. Ja, oder du brauchst das da und ich mach das. Ja, ich hab, warte, ja. Wir müssen auf unser, wir müssen überall achten, da können jetzt auch aus den Wänden Lava kommen. Das ist mega schnell, das weißt du. Ja, ja. Angeschrieben, das muss ich gleich mal nachschauen. So, Leute, wir werden in den nächsten Folgen, äh, etwas fighten, fighten. Achso, ich hab ja in der letzten Folge gesagt. Mehr dazu in der nächsten Folge. Äh, ja, ich hab in der letzten Folge gesagt, dass ich, dass wir nächste Folge fighten, aber... Aber wir werden auch nicht zu viel sagen, weil die anderen gucken ja auch unsere Videos und deshalb... Ja. Wäre das dann blöd, wenn wir schon sagen, was wir vorhaben. Ne, ich wollte bloß sagen, dass wir keine Zeit hatten, deswegen... Ja. Wir werden es euch in den nächsten Folgen erklären, sobald wir das dann auch wirklich machen. Äh, wir haben jetzt... Ah, ich hab 18 Level, wie viel Level hast du? Ey, hier ist key, hier ist key, hier ist key. Ich hab den Magma Cube in beim Spawn, ich kill den. Ich bin nur drei Blöcke oder so von mir weggelaufen, wo bist du? Ich bin am, ich bin Richtung Spawn, ich renne den Magma Cube hinterher. Oh, Pilze bräuchten wir, Pilze bräuchten wir. Ich weiß von ihr, ob das die richtigen sind, aber... Ich brauche einfach killen. Oh, nein. Ja, in noch fünf Minuten. Ich kill den Magma Cube. Mach das. Ah. Wir brauchen nämlich Magma Cream, wir wollen nämlich Tränke machen. Deshalb sind wir auch im Never. Komm, ja, ich hab einen Magma Cream, ich hab einen Magma Cream. Nice, nice, nice. Okay, das ist cool. Okay, hier ist wirklich sehr, sehr viel Keyes. Wir können so viele Pfeile jetzt machen. Oh Gott, ich hab gar kein Essen mehr, ne? Das ist echt schlecht. Lass lieber jetzt nochmal zurück und farm, Essen fahren. Dann machen wir... Äh, warte, ich baue gerade... Ah, warte, du hast einen Verzauberungstuch, wir wollen noch schnell Rüstung verzaubern. Weißt du, wo ich bin? Nein, ich bin Richtung Spawn. Ich bin einfach nur weiter... Also, wenn du vom Spawn aus einfach nur geradeaus läufst. Ja. Einfach geradeaus. Da hast du dich mit Cobblestone hochgebaut, ne? Ne, das waren wahrscheinlich Flo-Fiefer oder so. Oh. Aber das jetzt kommt schnell zurück, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen... Ich baue gerade ganz viel Keyes ab für unendlich Pfeile. Ja, ich hab, ich hab ganz viel Keyes, ich hab schon, äh, ein Stack... Ich hab zwei Stacks Keyes, oder so. Zweieinhalb Stacks Keyes, komm, komm zurück. Ja, okay, warte, ich nehm das mal ganz schlimm mit. Okay, ich komme. Äh, zack, 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 zack. Wir können uns auch hier ausloggen, das ist nicht das Problem. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh. Ah, da bist du, okay, platziere, äh, Verzauberungstich. Dann mach ich das mal ne Rüstung. Ach, fuck, ich so. Äh, nice. Okay. Was glaubt es? Ah, ich hab, ich hab, alles gut. Ja, hast du echt? Hä? Die Rüstung haben wir da schon. Äh, Haltbarkeit oder Schusssicher. Was soll ich mal auf die Hose? Nein, nein, nehm gar nichts davon. Versuch mal irgendwas anderes auszurüsten. Erstmal deine Schuhe, dann kriegst du vielleicht bessere, äh, ne? Okay, warte, aber ich muss das so wegschmeißen, weil ich halt kein Inventarplatz mehr. Nebenbei gar nicht mehr. Okay, Schuhe. Vielleicht kriegen wir da ja, äh... Oh, oh. Oh, wie viele Minuten? Drei. Okay, passt noch. Äh, Schutz. Schutz hört sich immer gut an. Ja, Schutz immer. Muskel. Äh, Helm, gucken wir mal. Oh, ich hab Angst. Äh, Wasseraffinität oder Schutz? Oh, für Schuhe ist das Wasser sehr wichtig. Nein, das ist, das ist Helm. Wasseraffinität. Ach so, ach so. Kann man länger unter was? Lass lieber. Ach so, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Ich nehme lieber ganz normal Schutz. Oh, ich hab Schutz und Wasseraffinität. Loy, wie vieler kann man haben? Moin. Meine, meine Schuhe sind auch richtig okay. Okay, ich mach nochmal Hose. Ich guck mal, ob ich noch Hose machen kann. Mach du auch mal irgendwas. Deine Rüstung, hast du schon deine Rüstung verzaubert? Ich hab... Oh, Explosionsschutz. Durch Explosionsschutz oder Schutz auf Hose? Schutz. Äh, ich hab, ich hab alles schon verzaubert, ne? Ja, ganz... Nein, deine... Schon lange. Deine Equip. Dein Helm und so? Ja. Ja, es glitzert, tatsächlich. Cool. Gut, dann, ähm, wollen wir noch schnell was mit Amos machen? Ich weiß, ich rede so viel. Ich rede so schnell, es tut mir leid, Leute. Mach Amos. Mach Amos. Jetzt sind wir einfach zum Stress, weil sie minus 15 Minuten haben. Ähm, machen wir mal machen. Okay, wir machen eine neue Eisenrüstung, du weißt warum, ne? Nein, wir so Eisenrüstung neue. Damit wir die Sachen verbessern können. Äh... Äh... Ja, mach du das, oder? Ich hab 15 Level, ich weiß nicht. Ey, gib mir dein ganzes Iron. Denk mit... Ja, da. Aber verschwende es nicht, verschwende es nicht. Das ist nur einer, aber man nicht. Sagen wir mal Rose. Guck mal, ich hab Knopf gemacht. Knopfi, Knopfi. Ja, entspannt hier. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wir sind hier sehr entspannt. Ich weiß, ich rede viel, aber... In den nächsten Verfolgen gucken wir mal, dass das etwas entspannter läuft, denn es ist halt so, dass wir nur noch, ich glaub, 13 Leute insgesamt, mit uns zusammen, äh, im Team sind, in dem Projekt sind. Und, ja. In den letzten Minuten müssen wir dann alles abbauen schnell. Okay, gib mal deine Hose. Meine Hose, hier. Jetzt bin ich nackt, äh... Oh, warte mal, nehm die doch, nehm die doch kurz. Warte, hier, mein Helm. Oh, oh, nein, lass das morgen machen. Nur ganz kurz. Äh... Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich auf Schutz 2 machen, Helm? Ja. Jo, Schutz 2, Leute. Äh, hast du noch ein bisschen Iron oder hast du wirklich gar nichts mehr? Ich hab gar nichts mehr. Ich hab dir alles gegeben, was ich hab. Ich baue es wieder ab. Ja, okay, weil ich hab, äh, noch... Boah, du, nehm du den Verzauberungs-Sisch mit, oder ich nehm nicht. Ey, du kannst die, du kannst die Hose verbessern. Hier. Hab ich vergessen. Verbessere mal die Hose. Nehm du den Verzauberungs-Sisch, ich hab keinen Platz. Ich hab Angst, ich hab Angst, oh mein Gott. Da schauen wir nicht. Ja, wo hast du das klingelt? Oh, ich hab's okay. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab alles, ich hab alles, ich hab alles, ich hab alles. Ja, okay, komm. Renn Richtung, Richtungsmann, Richtungsmann. Pass aber auf, pass aber auf. Ja. Dann können wir jetzt nicht machen. Das machen wir in, äh, in einer anderen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lass gerne positiv werden. Wir sehen uns in, äh, in der nächste Folge wieder. Könnt gerne bei, beiden vorbeischauen. Auch in den Leuten, die in der Beschreibung sind, könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch in unseren Social-Medias. Und, hau rein! Und, ciao, Leute! Ciao!